Peter Westenthaler ist zum neuen Stiftungsrat der Freiheitlichen im ORF bestellt worden. Eine entsprechende Normierung passierte am Mittwoch dem Ministerrat. Der frühere FPÖ-Klubmann löst damit Niki Haas im obersten ORF-Gremium ab. Das Gremium ist für Westenthaler, der derzeit bei UE24 TV als Politanalyst und Diskutant auftritt, kein Neuland. Er saß bereits ab 1999 im damaligen ORF-Kuratorium. Der ORF-Redaktionsrat hatte sich zuvor noch gegen Westenthalers Nominierung gewährt und die Regierung aufgefordert zu prüfen, ob diese mit dem ORF-Gesetz vereinbar sei. Laut der Tageszeitung Presse hat er dazu eine unterzeichnete Unbedenklichkeitserklärung vorgelegt. Wie die kleine Zeitung berichtet, hat die FPÖ außerdem in Erwägung gezogen, die Regierung zu klagen, sollte Westenthaler am Mittwoch nicht bestellt werden. Kommende Woche ist bereits eine Sitzung des Stiftungsrats geplant, an der Westenthaler dann bereits teilnehmen soll. Zuvor hatte der ehemalige BZÖ-Chef in Interviews Kritik am ORF geübt. Denn das geht ja nicht, dass der ORF Zwangssteuern einhebt, von Menschen, die das Leben nicht leisten können und gleichzeitig 400.000 Euro Gehälter auszahlt. Das ist ja unfassbar. Das kann nicht so weitergehen. Und gleich in der nächsten Sitzung im März werden wir uns das anschauen. Transparent, alles auf den Tisch und dann braucht es eine Gehaltsobergrenze, eine vernünftige Gehaltsobergrenze. Dabei sprach er von einer Propagandamaschinerie, die nur zur FPÖ Distanz wahre und von Diskussionssendungen sowie Expertenauswahl als Propagandawerkzeuge. Der ORF-Redaktionsrat wies diese haltlosen Unterstellungen entschieden zurück und erinnerte den ehemaligen Politiker daran, dass er als weisungsfreier Stiftungsrat im Interesse des ORF und nicht der FPÖ zu agieren habe.